hitradio ffh sucht hessens next topwitz am mittag sitzt der fahrer in so einem alten beischstuhl wo noch so vorhänge sind und da kommen die eltern mit dem kind rein stehen an der krippe gucken sich die krippe an und nach einer halben stunde sagt der vater zu dem kind tun wir müssen jetzt gehen es wird zeit wir müssen noch einkaufen sonst mache ich die geschäfte zu und dann sagt das kind tschüss maria und winkt dann sagt tschüss josef da winkt auch dann sagt tschüss christkind winkt auch und da denkt der fahrer in der beischstuhl das ist ja ein liebes kind jetzt musst du mal gucken was das für ein kind ist wer das ist ob das kennt dann macht den vorhang beiseite oder das kind tschüss kasperle und winkt hessens next topwitz jeden morgen bei hitradio ffh und was ist dein lieblingswitz schicken uns per whatsapp sprachnachricht 069 19 72 5